Auf dem Gelände des Klosters Fürstenfeld befindet sich nicht nur das Veranstaltungsforum, in dem die Magika stattfindet, sondern auch das Museum Fürstenfeldbruck. Und dort findet zur Zeit eine sehr interessante Ausstellung statt. Bezaubernd Magie und Zauberkunst ist der Titel dieser Schau und sie sollte eigentlich parallel zur Magika und zu unserem Festival stattfinden. Corona-bedingt mussten wir beides entkoppeln, aber wir möchten euch deshalb jetzt auf diesem Wege zu einem Ausstellungsbesuch einladen. Also kommt, folgt mir ins Museum. Herzlich willkommen im Museum Fürstenfeldbruck zur Ausstellung Bezaubernd Magie und Zauberkunst. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Ausstellung präsentieren können, pünktlich zur Eröffnung der Museen in Bayern und jetzt ganz frisch die Themen präsentieren können mit wunderbaren Objekten und Gemälden und wunderbaren kleinen Teilen zur Magie und Zauberkunst. Wir haben hier drei Bereiche, die wir Ihnen präsentieren können, nämlich die Magie, die Zauberkunst und den Okkultismus. Menschen wollen unterhalten werden. Das ist nicht nur heute so, das war immer schon so und die Zauberei ist die älteste Form der Unterhaltungskunst, die wir kennen. Das Becherspiel wurde schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert von Seneca erwähnt. Als die Mutter aller Zauberkünste gilt das Becherspiel auch heute noch. Wir haben zahlreiche Darstellungen von Gauklern und vorhanden Volk, die umherziehend auf Märkten und Straßen und Plätzen ihre Künste darboten. Wir haben hier sehr schöne Exponate über dieses Becherspiel, das auch heute noch angewendet wird. Als ganz besonderes Exponat haben wir dieses Truhengemälde. Es ist ein Stück aus dem 15. Jahrhundert, aus italienischer Provenienz. Da wird ein Becherspieler vorgestellt, also ein Gaukler, der auf einem Jahrmarkt sehr hochstehenden Persönlichkeiten, verschiedene Zaubertricks darbietet, darunter eben auch das Becherspiel. Und als weiteres Objekt haben wir das Becherspiel aus dem Besitz von Kalanag. Also es wird auch heute noch angewendet. Man sieht es auch heute noch auf den Straßen und auch in Zaubershows. Das Becherspiel ist immer noch eine faszinierende Sache. Noch im Mittelalter galt Magie als Wissenschaft. Man konnte sogar in Paris die Magier studieren. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert und die Magie ist durchaus auch in Verruf geraten und man hat es eher als Scharnaterie abgetan. Es haben sich immer wieder Fürsprecher gefunden und so ein Fürsprecher war auch Reginald Scott aus England, ein Landadliger. Reginald Scott hat damit versucht, die Hexenkunst als etwas Natürliches zu sehen und die Verfolgung der Hexen damit außer Kraft zu setzen. Sein Buch, Discovery of Witchcraft, gilt als die erste Auflistung aller möglichen Zauberkunststücke und wurde dann damit zur Mutter aller Zauberbücher. In unserer Ausstellung zeigen wir auch noch andere Werke aus der Zauberbücher aus verschiedenen Jahrhunderten. Die Magia Naturalis ist ein Thema, das in vielen frühen Werken behandelt wird und hier haben wir sehr schöne Beispiele auch von der Hokuspokus Literatur und Zauberbücher, die sich mit mathematischen und physikalischen Experimenten beschäftigen. Die gelehrten Theologen des 13., 14., 15. Jahrhunderts haben ein ausgeklügeltes System der Dämonologie zugrunde gelegt und es erschien also im 15. Jahrhundert Hexenhammer und die Bevölkerung hat das sehr begierig aufgenommen. Der Glauben an Hexen war in den ländlichen Gebieten bis ins weite 20. Jahrhundert ganz, ganz stark verbreitet. In der frühen Neuzeit hat man geglaubt, alles was schief läuft liegt an Hexen, wenn die Milch sauer ist, hat es die Hexe verzaubert und so gab es verschiedene Möglichkeiten, diese Hexenschadenszauber abzuwehren durch unterschiedlichste magisch aufgeladene Objekte, Steine, Totenköpfe, Kröten. Da gab es also eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten Hexen und Zauberer und vor allem alles was dämonisch ist abzuwehren. Ein sehr schönes Exponat ist ein Hexenbanner-Koffer aus dem Schwäbischen, der bis in die 50er Jahre noch in Benutzung war. Es zogen sogenannte Hexenbanner durchs Land, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dämonische Hexenkräfte zu bannen mit Pendeln, mit Steinen, mit Sicheln, alles was spitz und scharf ist, soll gegen Hexen helfen, die sich dann in den Dienst von vor allem bäuerlichen Haushalten stellten, um da die magischen Dinge abzustellen, um abzustellen, dass die Kühe krank werden, die unfruchtbare Frau sollte geheilt werden und das ist einfach ein sehr schönes Objekt, das zeigt, dass Hexenglauben sehr sehr lange in der Bevölkerung glaubt wurde. Viele der Objekte, die benutzt wurden, um Hexen abzuwehren, um das Übel abzuwehren, weisen verschiedene Symbole und Formen auf und das bekannteste, das auch heute noch jeder kennt, ist der Trudenfuß, das sogenannte Pentagramm, das an vielen Stühlen, an Alltagsgegenständen, an Messern, eben auch an Wiegen, an Brautkronen ist, um in bestimmten Lebenssituationen, also die Wiege soll vor allem das Kind vor dem bösen Einfluss schützen, angebracht sind und da haben wir auch sehr schöne Objekte, Alltagsgegenstände, den Tegernseer Klosterstuhl, die mit Pentagrammen versehen sind, um dem Bösen den Weg zu versperren. Magische Elemente sind in allen Religionen zu finden und so ist natürlich auch im Christentum, vor allem im Alten und Neuen Testament, eine Fülle von wunderbaren Begegenheiten beschrieben und Christus und seine Jünger können magische Dinge tun. Sie gehen übers Wasser, sie vermehren Brot, sie wandeln Wasser zu Wein. Jesus heilt sogar Aussätzige und Irrgläubige und er kann vor allem auch Tote erwecken. Das wurde von vielen Künstlern recht eindrucksvoll gemalt und porträtiert und wir haben hier mit Albert von Keller mit den Christus-Studien eine sehr interessante Verbindung gefunden, denn Christus wird hier wirklich dargestellt als Magier. Die Handhaltung, die Pose ist einem Zauberer gleich, wobei das Christentum ganz stark betont, dass der Zauberer, der Magier aus eigenmächtigen Zauberkräften handeln kann und Jesus und seine Jünger eben vor allem die Zauberkraft von Gott beziehen. Aber diese Parallele fanden wir sehr interessant und vor allem diese Darstellung Christus als Zauberer, der später im 19. Jahrhundert auch als der größte Magnetisseur der Welt bezeichnet wurde, hat uns sehr fasziniert. Ein Schwerpunkt unserer Ausstellung handelt über Okkultismus und hier im Speziellen über die okkulte Kunst. Wir haben zwei Maler hier, von denen wir Gemälde zeigen, Gabriel von Max und Albert von Keller. Beide hatten an Seancen teilgenommen von Schrenk-Notzing, einem der führenden Spiritisten und der Geisterbaron des Zeitraums um 1900 in München. Sie wurden animiert, vor allen Dingen Albert von Keller, viele dieser in Trance gefallenen Damen auch zu porträtieren. Wir sehen hier einige wunderbare Beispiele der Trance-Damen, aber auch der Traumtänzerinnen. Beides Bereiche, die in diesen Seancen immer wieder vorgekommen sind. Als Begründer der modernen Zauberkunst im 19. Jahrhundert galt unter anderem der französische Künstler Jean-Angers Robert Houdin. Und es ist wunderbar, dass in der Ausstellung zwei Originalobjekte von Robert Houdin aus der Sammlung Volker Huber zu sehen sind. Zum einen diese Pendule Mysterieuse, eine Uhrmacherische Meisterleistung, auf der auf unerklärliche Art und Weise die Zeit angezeigt wird, ohne dass das eine Verbindung zu einem sichtbaren Uhrwerk zu sehen ist. Und auf der anderen Seite hier der berühmte Orangenbaum. Eine wunderbare Illusion, bei der ein Taschentuch zunächst verschwindet, und dann auf einem artifiziellen Orangenbaum Orangen zu blühen anfangen. Dann darf der Zuschauer eine der Orangen auswählen. Diese wird aufgeschnitten und daraus erscheint dann das verschwundene Taschentuch wieder. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Bayern eine Zaubererfamilie besonders berühmt. Es waren die Schichtels. Sie waren eine alte Schausteller-Dynastie, die zunächst Puppenspiele gezeigt haben. Und dann anschließend ist Michael August Schichtel umgestiegen auf das Zaubergewerbe. Und seine vor allen Dingen auf Volksfesten und Jahrmärkten aufgestellte Zauberbude war eine der großen Attraktionen. Es gibt den Schichtel bis heute noch auf dem Mündner Oktoberfest, allerdings natürlich in etwas modernerer Form. Was sich allerdings erhalten hat, war Schichtels Paradeillusion, die Hinrichtung einer lebenden Person mittels einer Guillotine. Und aus dieser Zeit gibt es immer noch in Bayern das legendäre Wort Auf geht's beim Schichtel. Obwohl die Rolle des Zauberkünstlers meistens in der Vorstellungswelt vieler Zuschauer mit Männern besetzt ist, gab es auch in der Geschichte der Zauberkunst eine ganze Reihe von interessanten weiblichen Protagonistinnen. Frauen, die sich nicht nur auf die Rolle der Assistentin beschränken ließen, sondern die selber ihren eigenen Stil der Zauberkunst entwickelt haben. Eine berühmte Vertreterin war zum Beispiel die englische Zauberkünstlerin Mercedes Thalmer, die unter anderem in diesem Trio Leroy, Thalmer und Bosco eine sehr herausragende Rolle gespielt hat, aber die später auch mit Soloshows aktiv war. Es gibt auch noch viele, viele andere interessante Künstlerinnen, hauptsächlich auch im Bereich der Mentalmagie oder der spiritistisch angehauchten Zauberkunst. Hier haben Frauen meistens die Rolle des erleuchteten Mediums eingenommen. Ein Künstler, an dem man in der deutschen Zaubergeschichte auf gar keinen Fall vorbeikommt, ist natürlich Helmut Schreiber Kalanak, der in den 50er und 60er Jahren in Deutschland und auch in ganz Europa und Südafrika, Südamerika mit seiner großen Simsalabim Revue Furore gemacht hat. Wenn man über ihn spricht, darf man auch nicht vergessen, dass er auch vor dem Krieg eine sehr, sehr interessante Geschichte hatte. Er war nicht nur Produktionsleiter beim Film, sondern auch schon zu dieser Zeit ein sehr bekannter Zauberkünstler, der sich selbst als der Zauberer des Führers titulierte und keine Möglichkeit ausließ, vor den Größen des NS-Regimes aufzutreten. Insgesamt muss man seine Rolle wohl so bewerten, dass er ja derjenige war, der sich versucht hat, persönlich größtmögliche Vorteile aus der damaligen Zeit zu ziehen. Sein größter Trick bestand aber zweifelsohne darin, dass er mit seiner Show Simsalabim, die eine bunte Revue mit vielen mitwirkenden Tieren und großartiger Ausstattung war, die Beschwerlichkeiten der NS-Zeit und des Krieges vergessen machen konnte. Zu seinen zwei Parade-Tricks zählten zum einen die magische Bar, in der es immer möglich war, aus einem einfachen Krug Wasser eine beliebige Anzahl verschiedenster Getränke auszuschenken, die sich das Publikum selber wünschen durfte. Oder auch das Verschwindenlassen eines Autos auf offener Bühne. Er hatte dazu in der Laufzeit seiner Shows verschiedene Werbeverträge mit verschiedenen Autoherstellern abgeschlossen und als er zum Beispiel einen Ford verschwinden ließ, prägte er den Werbespruch, der Ford ist Ford. Ein kleiner Teil der Ausstellung ist auch dem Planegger Zauberkünstler und Hersteller von Zauberapparaturen Toni Lackner, der unter dem Künstlernamen Latoni bekannt wurde, gewidmet. Es sind einige seiner wunderschönen Objekte zu sehen, die er gebaut hat. Requisiten, die mittlerweile bei Sammlern von Zaubergeräten einen relativ hohen Marktwert haben. Unter anderem auch dieser Schlangenkorb, aber auch viele kleine Tricks und Kunststücke, die sich heute noch auch in den Zauberschränken vieler Amateur und Berufszauberkünstler finden. Zauberei im ganz großen Stil präsentierte der Anfang des 20. Jahrhunderts der Zauberkünstler Alois Kassner. Zu seinem bekanntester Trick wurde das Verschwinden lassen des Elefanten namens Toto und die Antwort auf die Frage, wie der Elefant hieß, war übrigens auch über Jahrzehnte Teil der Aufnahmeprüfung des Magischen Zirkels von Deutschland. Hier sieht man in der Ausstellung das Original-Elefantengeschirr von Toto. Der Elefant ist, so wie es der Trick natürlich vorsieht, bereits verschwunden. Während die Zauberkünstler heute eher Alltagsgegenstände als Requisiten bevorzugen, liebten die Zauberkünstler vor 100 Jahren die große Ausstattung. Auf den Bühnen wurden viele große Geräte aufgebaut und hier sehen wir zum Beispiel ein Objekt von Konradi Horster. Das war einer der großen Hersteller von Zauberrequisiten Anfang des 20. Jahrhunderts. Es nennt sich die Uhrenillusion und es war möglich mit diesem Requisit, das zunächst natürlich leer gezeigt wurde, zwei Damen erscheinen zu lassen, die dann durch dieses Zifferblatt, das eigentlich aus Papier ist, hindurchsprangen. Illusionen kann man auch kaufen und seit Ende des 19. Jahrhunderts sind Zauberkästen ein wichtiges Produkt der Spielzeugindustrie. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, Größen für kleine und für große Kinder und im Laufe der Zeit, wenn man sich verschiedene Objekte, die wir hier in der Ausstellung zeigen, genauer betrachtet, haben sich die darin enthaltenen Kunststücke und Requisiten gar nicht geändert. Es sind immer wieder ähnliche oder fast gleiche Kunststücke, die man in den Zauberkästen findet. Nur die Ausfertigung und die Produktion hat sich natürlich geändert. Waren es früher noch schöne gedrechselte Objekte aus Holz, sind die Zauberkästen heute meistens voll mit Plastik. Aber auch damit kann man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen Zeit und Liebe investiert, ganz interessante kleine Vorstellungen geben. Besonders schöne Objekte stammen aus der Sammlung Vitus Vitt, zum Beispiel ein Zauberkasten aus dem Jahr 1880. Übrigens hat auch der Dichter Fürst Goethe, der ein großer Freund der Zauberkünste war, seinem Neffen einen Zauberkasten geschenkt, da er der Meinung war, dass die Beschäftigung mit der Zauberkunst eine wunderbare Übung in freier Rede und Ausdruckskunst ist.